Die globalen Konzerne, die ja Washington gestützt sind, die gründen ja ihre globale Macht auf Washingtons Kanonenboote. So ist das ja. Und das hat eben dazu geführt, dass man viel sympathischer sowohl nach Russland als auch nach China in die BRICS-Länder guckt, auf die ALBA-Gruppe guckt, in den Shanghai-Kooperationsrat. Das sind die Folgen davon. Also es fehlt jetzt das Stichwort Angriff auf den Tourismus. Länder wie Ägypten müssen aufpassen, dass sie ihren Tourismus eben nicht geschädigt bekommen von außen, wenn sie nicht mehr machen, was sie sollen. Aber da sind wir gleich beim Stichwort Istanbul. Zehn deutsche Touristen bei einem Anschlag getötet. Es gibt hier die Debatte, ob das gezielt war oder ob es eben einfach zufällig Deutsche waren. Was kann man denn generell zu dem gelabelten IS-Terror in der Türkei sagen? Heute Morgen Deutschlandfunk. Ein klares Weißwaschen der Türkei in Bezug auf IS. Sehr interessant. Im Spiegel heute mit einem Herrn Buchter, von dem der Spiegel freundlich verschweigt, was der eigentlich heute treibt beruflich. Also ich glaube, bis vor ein paar Jahren steht es noch drin, was er macht. Ja. Habe ich auch noch nicht so festgestellt beim Spiegel. Normalerweise sind die da etwas deutlicher. Gut. Haben wir immerhin durch die Zeilen die, wie soll man sagen, das Eingeständnis, dass die Türkei mit IS kooperiert hat bei Herrn Buchter bei Spiegel Online. Nein. Die Türkei lässt nicht. Bis vor kurzem stand da irgendwie. Bis vor kurzem kooperierte die Türkei. Ja, bis vor kurzem. Genau. Und nun glaubt er, da könnte es ein Umlenken geben. Aber in einem späteren Wort sagt er eben auch, sie kooperieren sozusagen bis zum Umlenken. Und umgelenkt wurde noch nicht. Also können wir selber daraus schließen, sie kooperieren bis heute. Und ich wage die These, sie kooperieren auch bis morgen. Die Türkei kann sich jetzt gar nicht von IS so richtig trennen, obwohl der Druck wächst. Das glaube ich auch. Aber das Problem ist, wir haben zum Beispiel auch heute den amerikanischen Verteidigungsminister Ashton Carter, der einfach erklärt, ja, man kämpfe gegen IS, man werde auch die Hochburgen jetzt wegbomben, aber das werde ein sehr langer Kampf werden. Und sowas hört sich eigentlich für jemanden, der analysieren kann und der weiß, worum es geht, an wie eine Kriegserklärung an Russland. Als die Russen ihr militärisches Engagement in Syrien begonnen haben, stand in der New York Times, man werde einen Abnutzungskrieg führen. Und der wird geführt worden. Und die Action-Karte-Äußerung von heute ist nichts anderes, als das Erinnern daran, Jungs, so geht das. Mit anderen Worten, die Türkei muss einfach sehen, dass sie sich weniger krass erwischen lässt im Ölhandel, ja, mit IS oder mit anderen Gefälligkeiten und Nachschubfahrten aus der Türkei. Ich will mal sagen, mit Material und mit Mannschaften, aber im Wesentlichen läuft alles weiter. Es läuft auch schon deshalb weiter, weil Russland jetzt da ist und dagegen ist. Also diese Art Konfrontation, das ist nur ein Verlag, ein vorgelagerter Krieg. Der nachfolgende Krieg ist der direkte Krieg mit Russland. Und das hat ja auch die Türkei schon geübt. Und wenn wir jetzt also auch deutsche Luftwaffeneinheiten da haben, die nicht mit einem Kampfeinsatz da sind, sondern mit einem Unterstützungseinsatz, lächerlich natürlich, weil zum Kampf gehört nochmal die Unterstützung völkerrechtlich, ist das völlig klar, was wir da betreiben. So ist das aber auch offenbar ein Kontrollmechanismus für die Türkei. Ich habe in der Vergangenheit viel über Terrormanagement gesprochen. Wir müssen jetzt reden über Kriegsmanagement. Die Konfrontation der Türkei mit Russland, dass die Luftwaffen sich bekriegen, die möchte gerne Washington ganz genau steuern. Und deswegen sind wir da. Nicht, weil sie etwas dagegen hätten, nicht, weil es gegen IS geht. Und wir sind da, um die Türkei zu steuern, dass sie dann etwas gegen Russland unternimmt, wenn Washington das will und nicht von alleine. Das ist sehr wichtig. Erdogan natürlich ist ja nicht dumm. Er wird immer versuchen zu provozieren, seine Rolle in der NATO zu stärken. Wir wissen ja auch, da geht es um unsere Zuwanderungswelle, dass die Türkei nun drei Milliarden erhalten soll. Sie hat aber inzwischen schon wieder einen neuen großen Zuwandererschwung in unsere Richtung geschickt, weil sie das Geld noch nicht bekommen hat. Was haben wir denn da? Nennt man so etwas rein zufällig Erpressung? Ist vielleicht die NATO unter Washington Meister in diesem Spiel? Sehr interessant. Nur ausnahmsweise geht es mal gegen Deutschland los und nicht gegen andere Länder. Vielleicht gar nicht so schlecht fürs Aufwachen in Deutschland, dass die Menschen mal merken, dass unsere kriminelle Politik mal tatsächlich auf Deutschland zurückschlägt. Bisher waren wir immer furchtbar sicher und die anderen haben gelitten. Nun ist das andersrum für mich als Deutschen natürlich trotzdem unerträglich, weil tatsächlich unser Land vor die Hunde geht und das ist gesteuert.